Hier seht ihr gerade den Wiesenboxbart. Der hat noch ganz schöne, lange grüne Blätter. Sieht ähnlich aus wie der Löwenzahn, aber er schmeckt salatischer, nicht so bitter. Und vielleicht seht ihr hier an dem Blatt etwas, dass der so ganz leicht behaart ist. Unten drunter noch mal gucken, naja, da sieht man es nicht so gut, ja wie gesagt, der treibt immer wieder von unten raus, treibt immer wieder frische, kleine Blätter, hier zum Beispiel dieses. Und die kann man pflücken und die tue ich dann hier in meine Küche rein. Schnell. Ja! Vielen Dank.